In diesem Video geht es um Barock. Der oder das Barock wird heute ins 17. Jahrhundert gerechnet. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gab es im heutigen Deutschland den 30-jährigen Krieg. Da ging es darum, wer da Sagen hat, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Das war damals ein Flickenbund aus verschiedenen Fürstentümern und Königreichen. Die Folge davon war eine riesige Pestepidemie. Viele, viele, viele Menschen sind gestorben. Es gab richtig, richtig Angst und Schrecken über Jahrzehnte hinweg. Seuchen, Hungersnöte, Aufstände, Massensterben war da angesagt. Man hatte wirklich Angst um sein Leben und es war keine wirklich schöne Zeit, um zu leben. Das Ganze führte dann, verständlicherweise, zu Chaos und Unordnung. Daraus entstanden ist im Prinzip eine Teilung der Gesellschaft zwischen den Adel an den Höfen und der Bevölkerung auf dem Lande und die Städte. An den Höfen gab es sogenannte Dichtergesellschaften. Das heißt, Literatur wurde an den Höfen gemacht. Sie wurde in Auftrag gegeben. Das heißt, es gab Lobgedichte auf irgendwelche Könige oder irgendwelche Fürsten, die das Ganze für ihren Geburtstag beispielsweise haben wollten. Und dann gab es also gelehrte Dichter, die schreiben konnten. Das konnte damals nämlich nicht jeder. Und man wollte so im Prinzip einfach nur was Schönes haben zum Schmücken. Das heißt auch, dass die Bevölkerung selber keine Literatur gemacht hat. Leute hatten gar keine Zeit und gar keinen Nerv dafür, irgendwelche Gedichte zu schreiben oder Bücher zu verfassen. Man musste gucken, dass man überlebt, dass man was zu essen hat. Das heißt auch, dass volkstümliche Dichtung überhaupt nicht ernst genommen wurde. Es gab zwar Bauernlieder und irgendwelche Sachen, aber das wurde vom Hof her oder von den Leuten, die Literatur gemacht haben, nicht ernst genommen. Das hat nicht gezählt. Deutsch wurde langsam immer mehr eine coole Sprache, um Literatur damit zu verfassen. Früher hat man es in Latein geschrieben, wegen dem großen Einfluss der Kirche und weil auch eigentlich fast nur Mönche und Adelige schreiben konnten. Dann aber langsam wurde Deutsch als Sprache immer besser. Wichtig zu der Zeit war von Martin Opitz das Buch von der deutschen Poeterei. Da ging es darum, wie man gute Gedichte schreiben muss. Das heißt, so und so und so darf ein Gedicht aufgebaut sein, so und so nicht. Man hat sich daran irgendwann gehalten und es hat sich dann festgesetzt. Die sogenannte Regelpoetik. Wichtige Leitmotive zu der Zeit, wegen der ganzen Kriege und dem schnellen Tod, waren das sogenannte Memento Mori. Bedenke deinen Tod oder bedenke, dass du sterben wirst. Daraus abgeleitet hat sich die Vergänglichkeit, die sogenannte Vanitas. Zur Vanitas gibt es zum Beispiel viele Gemälde von verschimmeltem Obst. Das soll die Vergänglichkeit der Reife beispielsweise versinnbildlichen. Ganz oft sind da auch Totenköpfe irgendwo in den Wäldern versteckt. Das sind alles Zeichen für die Vergänglichkeit und Memento Mori. Daraus abgeleitet hat sich dann das sogenannte Carpe Diem. Das ist Nutze den Tag auf Deutsch übersetzt und es ist sowas wie das alte YOLO. Die Natur galt damals als rein und als Sinnbild der Schöpfung, als unschuldig und als gut. Man hat viele Gedichte über Gott verfasst, das heißt religiöse Lyrik war ganz hoch im Kurs. Und natürlich gab es auch Liebeslyrik, beispielsweise im Sonett, das aus der Regelpoetik kommt. Das ist ein bestimmter Aufbau von einem Gedicht. Wichtig sind auch die Embleme. Man hat eine Überschrift, man hat ein Bild und man hat eine Unterschrift zu diesem Bild, die sinnliche und interessante Dinge vermitteln sollten. Vom Drama her gab es das Schuldrama oder das barocke Drama und von den Romanen her war der höfische Roman oder der Schäferroman beliebt.